Ähm, hat der Herr, ähm, irgendeine Waffe bei sich, die ähnlich aussieht wie in der MP5? Also ähnlich aussieht wie in der automatischen Waffe? Negativ. Na, schlecht. Ähm, jetzt, jetzt kommt's raus. Äh, es hat noch jemand das gesehen, dass sie eine in der Hand hatten. Ah, das sehen Sie und Sie können bestätigen, ich war die ganze Zeit hier. Okay. Ich kann keinen angeflunkert haben in der Zwischenzeit. Wenn ich keine dabei hab.